hallo zusammen willkommen zurück zu einem neuen video auf unserem kanal und viele von euch haben wahrscheinlich einen glatten boden zu hause sei es fließen parkett oder holz und diese natürlich auch ebenfalls sehr aufwendig zu reinigen egal ob man die nass rausfischt oder staub saugt und da gibt es abhilfe und zwar saugroboter für glattböden die haben hier wirklich eine sehr effiziente technik um auch hier sehr glatte böden sehr gut zu reinigen und die auch im anschluss dann gleich nass rauszuwischen und da es aktuell auf dem markt schon viele modelle gibt wollen wir uns heute mal die top 5 der besten und liebsten uns anschauen und zum schluss unseren vergleichssieger gründen ich würde sagen wir fangen auch direkt an und starten durch und zwar mit platz 5 und auf diesem platz dann bei uns der jd weg max ein sehr interessanter saugroboter mit einer kamera oben wir gehen mal kurz hier auf die fronten nachteile ein also zum einen mal ein sehr guter preis haben eine kamera navigation einen sehr großen akku eine sprachsteuerung eine app steuerung eine automatische tägliche erkennung und eine optische kartenerstellung innerhalb der app die nachteile erst leider etwas lauter im dauerbetrieb und erst stellenweise auch etwas über vorsichtig wir gehen auch gleich mal kurz weiter zu den produktdetails wir haben also hier zum beispiel eine visual navigation und gaben 211 saugroboter mit wischfunktion er ist sehr dünn nur 7,7 zentimeter hoch man kann mit der app bedienen aber auch mit alexa und google wir haben ja eine saugkraft von 3000 pascal 200 minuten laufzeit und das natürlich auch hier wlan fähig jetzt würde ich sagen gemacht direkt kurz auf die produktseite darauf den link dazu den gibt es unten in der video beschreibung schaut mal rein klickt dort jetzt am besten direkt mal auf den link drauf und da kommt ihr ebenfalls zu dieser interessanten produktseite gehen wir kurz auf den preis 1 239 euro bei der aktuellen verkaufspreis und es geht vollkommen in ordnung dafür dass wir hier wirklich eine sehr gute navigation mit dabei haben und ein sehr formschönes design hier nochmal die weiteren technischen daten überblick auch hier gibt es wirklich schon zahlreiche sehr viele gute bewertungen hier nochmal die marke jd im überblick was sie so alles kann wieder daherkommt was es sonst noch so bietet und natürlich jetzt hier nochmal der saugroboter im detail mit all seinen funktionen also wirklich sehr praktisch sehr geschickt werden wir die möglichkeit auch hier wirklich sehr gut den boden zu reinigen vollautomatisch und auch mit der sehr hohen saugkraft sind wir auch hier wirklich sehr zufrieden wir gehen abschließend mal kurz hier auf die bewertungen ein da können wir auch schon sehen die fallen ebenfalls sehr gut aus sehr positiv sehr gute leistungen auch sonst wirklich ein sehr praktisches modell mit einem sehr guten preis leistungswelt ist was seines gleichen sucht jetzt würde ich sagen immer gleich weiter zu platz 4 und auf diesem platz lande bei uns der zacko v5x und auch hier gehen wir gleich noch kurz auf die vor- und nachteile eintritt man zum einen mal hier einen sehr interessanten und guten preis haben in großen was dann mit dabei auch der ist wirklich sehr flach und leise werden die sprachsteuerung mit dabei der app-steuerung in feinstaubfeld und eine automatische teppich erkennung die nachteile eine etwas lange ladezeit und die saugkraft die könnt ihr etwas besser sein jetzt würde ich sagen gehen auch gleich mal kurz weiter hier auf die produktdetails und da können wir schon sehen wir haben zum einmal hier in adaptive navigationen 2 in 1 saugroboter mit wischfunktion an die stoßsensoren müssen mit dabei an app alexa und google steuerung wir haben 350 minuten ladezeit und 120 minuten laufzeit natürlich ist auch hier ein wlan modul mit dabei sprich ihr könnt ihr die app ganz einfach über sweden dann bitte reiben und die fernsteuern jetzt gehen wir kurz weiter auf die produktdetails da gibt es auch hier selbstverständlich den link dazu in der video beschreibung also schaut mal reinklickt weil jetzt direkt auf den link da drauf und dann kommt ihr ebenfalls auf diese seite könnte ich immer selbst im bild von diesem saugroboter machen es gibt hier verschiedene ausführungsvarianten in auch unterschiedlichen farben der preis 164 euro ist wirklich ein sehr interessanter auch sehr günstiger roboter staubsauger für all diejenigen die jetzt hier nicht so viel geld ausgeben möchten auch hier sieht zwar wirklich gut aus wenn wir wirklich zahlreiche sehr gute bewertungen über 12.000 bewertungen in der anzahl gehen wir noch mal kurz etwas näher dann auf diesen eigentlichen roboter staubsauger ein hier nochmal der überblick was er so alles kann hier daher kommt welche funktionen er besitzt man kann hier wirklich ganz einfach steuern mit der app und auch sonst macht er wirklich auf uns einen sehr guten eindruck ja dann mal kurz übersicht was es hier für weitere modelle gibt und jetzt würde ich sagen gehen wir noch kurz die bewertungen zum schluss durch die können sich auch hier sehen lassen wir haben zum einmal hier wirklich ein tolles gerät oder sonst waren alle weiteren bewertungen ebenfalls sehr gut aus also soweit dazu schaue ich den mann an jetzt würde ich sagen gehen wir auch gleich mal weiter zu platz 3 und auf diesem platz da hat bei uns der ecowax die bot n8 pro care auch hier ein sehr hochwertiges markenprodukt wir gehen mal kurz die vor und nachteile durch als zweimal die guter preis haben wir eine sehr gute laser navigation mit hindernis erkennung sprachsteuerung app steuerung ein sehr gutes filtersystem und eine intelligente raumverwaltung innerhalb der app nachteile stellenweise etwas übervorsichtig und aufgrund von dieser laser navigation ist auch etwas höher als die anderen modelle wir gehen mal kurz auf die produktdetails ein also wir haben eine lila laser navigation wir haben ein 2 in 1 saug und wisch roboter bekannt hier mit der app mit alex aber auch mit dem google assistant bedient der 3d hinderniserkennung 2600 pa saugkraft in laufzeit von 150 minuten und er hat auch hier selbstverständlich ein wlan modul mit dabei wir gehen mal kurz direkt weiter auf die produkte seite darauf den link dazu den gibt es selbstverständlich unten in der video beschreibung also falls sie daran interesse haben solltet geht dort mal drauf klickt man auf den link und dann kommt ihr ebenfalls direkt auf diese produktseite könnte ich mir mal selbst im bild von diesem saugroboter machen auch hier gibt es verschiedene ausstattungsvarianten unsere variante kostet 299 euro was hier für die marke die wirklich ein sehr guter preis ist dann immer noch kurz etwas weiter runter zu den technischen daten hier steht noch mal alles drin wie die abmessung des gewicht und co auch hier über 2000 sehr gute bewertungen und da würde ich sagen muss noch kurz hier ein paar detailbilder dazu an dann noch mal hier die mark ecowax was praktisch hier der hersteller so bietet hier noch mal ein paar weitere details und auch videos zu diesem saugroboter was so alles kann wie seine laser navigation aussieht und auch sonst können wir ein paar interessante details dazu uns durchlesen ja bis weit so gut gehen wir kurz zuletzt auf die kommentare und bewertungen ein sehr gutes ergebnis erzeugt der saugroboter er ist wirklich sehr toll und auch sonst gibt es hier zahlreiche positive rezensionen und bewertungen also schaue ich dir mal an den link den gibt es unten in der video beschreibung und jetzt würde ich sagen gehen auch gleich weiter zu platz zwei und auf diesem platz dann landet bei uns hier der olfi g10 hybrid saugroboter auch hier im kombi modell wir gehen mal kurz auf die vor- und nachteile ein der hat man zum einmal hier in sehr guten preis erst selbst aufladen hat hier ein sehr schlankes design hat eine sprachsteuerung mit dabei eine app-steuerung der automatische tägliche erkennung und auch hier wirklich ein sehr gutes filtersystem der einzige kleine nachteil werde etwas mittelmäßige saugkraft aber da kann man auch drüber hinweg sehen jetzt würde ich auch sagen gehen wir gleich mal kurz weiter und schaue mal kurz hier die produktdetails im überblick an der hat man zum einen mal hier eine smart dynamic navigation haben 21 saug und wischroboter wir können hier mit der app mit alexa aber auch mit dem google assistant steuern wir haben hier 2000 pr saugkraften staubwälter mit 450 milliliter eine laufzeit von 100 minuten und auch hier kommen wir den selbstverständlich übers wlan ganz einfach betreiben soweit also dazu wir gehen mal kurz weiter auf die produktseite auch hier gibt es selbstverständlich den link dazu in der video beschreibung also falls ihr daran interesse haben solltet wo ich die noch mal etwas näher angucken möchte dann klickt jetzt direkt mal auf den link unten drauf es gibt hier zwei modelle einmal schwarz und einmal weiß und der preis der kann sie ebenfalls hier sehen lassen 199 euro ist wirklich hier sehr günstig wir gehen mal kurz etwas weiter runter zu den weiteren technischen details dazu hier steht noch mal alles drin im überblick wie die abmaße des gewicht und auch hier über 23.000 bewertungen also spricht er sie wirklich sehr beliebt und wird auch sehr oft gekauft hier war die markt häufig im überblick was ich so alles bietet was ich sonst so für produkte hat und auch alle weiteren funktionen von diesem saugroboter möglichst sehr praktisch und sehr geschickt wir gehen noch kurz etwas weiter runter da gibt es hier mal eine kleine übersicht von den anderen euphi saugroboter modellen hier und dann gehen wir noch kurz auf die bewertungen ein die fallen ebenfalls gut aus ist sie wirklich sehr praktisch sehr geschickt und auch hier ein sehr guter saugroboter also falls ihr ein interesse habt klickt mal auf den link drauf und dann würde ich sagen gehen wir jetzt hier zu platz 1 unserem vergleichsieger und dort auf diesem platz 1 landet bei uns der ticom g8000 pro und auch hier würde ich sagen gehen wir gleich mal kurz auf die vor- und nachteile ein da hat man zum einen mal einen sehr guten preis eine starke saugkraft er ist hier mehrfarbig erhältlich haben eine sprachsteuerung appsteuerung eine sehr hohe reinigungseffizienz und ein sehr gutes filtersystem der einzige nachteil dabei wären die etwas unschönen kleinen übersetzungsfehler innerhalb der app und in der bedienungsanleitung aber da kann man auch darüber hinweg sehen wir gehen mal kurz weiter hier auf die weiteren produktdetails wir haben hier zum einmal ein gyroskop navigationssystem mit dabei auch hier ein 2 in 1 saug und wischroboter mit der app mit der sprache und auch in der fernsteuerung kann man den bedienen wir haben ein hepa filter mit dabei eine sehr hohe saugkraft von 4500 pa eine schöne lange laufzeit von 150 minuten und auch hier ist natürlich ein wlan modul mit dabei wir gehen mal direkt weiter zur produktseite auch hier gibt es selbstverständlich den link dazu um dahin zu kommen als falls sie daran interesse haben soll dann schaut und mal in die video beschreibung mit rein klickt mal dort auf den link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese produktseite hier gibt es zwei verschiedene farben einmal schwarz und einmal weiß und der preis 279 euro ist auch hier wirklich gerechtfertigt wir haben auch hier amazon tipp als sehr beliebtes produkt was auch hier von amazon direkt selbst empfohlen wird wir gehen auch noch weiter runter zu den technischen details und daten hier noch mal die abmessung das gewicht die dezibel also die lautstärke und auch die vielen zahlreichen guten bewertungen da kommen wir mal sehen was der roboter staubsauger so alles kann insbesondere die sehr hohe saugleistung ist natürlich hier sehr bemerkenswert die app ist gut aufgebaut wir haben auch eine bedienung mit einer einfacher fernbedienung also auch hier kann das ganz einfach und bequem dann starten und auch sonst gibt es hier wirklich zahlreiche funktionen hier mal die übersicht von weiteren modellen und jetzt gehen wir zum schluss mal kurz auf die bewertungen ein die fallen auch gut aus wirklich hier ein kleiner toller helfer mit großer wirkung sehr beeindruckendes reinigungsergebnis und auch sonst ist sie wirklich sehr praktisch und sehr geschickt also unser vergleichssieger steht fest ist also der ticom g8000 pro wir gehen auch kurz hier die wichtigsten vorteile für euch durch da können wir schon sehen zum einen mal hier einen sehr guten preis ist ja starke saugkraft von 4500 pa eine sprachsteuerung und appsteuerung und einen eingebauten hygienefilter schaue ich dir also unbedingt noch mal an da würde ich mich jetzt hier von euch verabschieden vielen dank fürs zuschauen und alle informationen und links zu diesen saugrobotern die gibt es natürlich auch hier unten in der video beschreibung also schaut mal rein und klickt die links am besten jetzt mal an